Guten Tag. Seid ihr zurück aus Ibiza? Nein. Puppi. Bibi. Bibi. Was macht ihr denn da hier? Weg. Mit den Enchenspielen, ne? Ja. Und du dir auch Lieder singen. Ja, sollen wir wieder ein Lied? Ist wieder gut? Nein, Dusen. Freunde? Dusen. Nein, 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 nichts Toten. Dusen. Nein, 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 nein. Dusen, Dusen, Dusen. Singen wir ein Lied? Singen wir ein Lied? Was sollen wir singen? Lied, Entchen. Dann nimm du mich, dann sing mit mir. Alle meine Entchen kümmern auf dem See. Schleppern auf dem See. Papi! Weiter singen. Wir singen das Fassbach Schönstchen in die Grünen. Köpfchen in das Fassbach Schönstchen in die Grünen. Noch mehr? Noch mehr singen? Ja. Lied, ein Buschen von mir. Meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Fassbach Schwänzchen in die Grünen. Köpfchen in das Wasser Schwänzchen in die Grünen. Was lernst du in der Schule? A, B, C. Und wie geht das weiter? D, E, F. Und die Vanessa, was lernt die in der Schule? A, B, C. Kannst du denn schon zählen? Ja. Dann zähl mal. Eins. Drei. Drei. Was kommt nach drei? Ja. Und dann kommt fünf, ne? Und dann? Sechs. Sechs. Zähl mal. Niki, zähl dann. Ja. Dann zähl mal. Sechs. Ja. Sieben. Acht. Spielen. Spielen? Ja. Nicht zählen? Also wir zählen heute nicht. Wie geht das Lied mit dem Kaffee? Ja. Sollen wir das mal? Lecksinger? Ja. C, A, F, F, E, E. Trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Tötenrank. Schwächt die Nahrung, macht sich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann.